Hey Leute, willkommen zurück zu Lords of the Fallen. Ich muss hier irgendwie gucken, dass ich hier... Oh nein! Nicht du! Oh, 400. Oh, das gefällt mir. Nein, das gefällt mir nicht mehr. Weg da! Weg da! Okay. Das ist zu eng. Oh nein! Alles klar und jetzt bin ich wieder dran. Jetzt muss ich wieder weg. Okay, und... Geplatzt bist du. Hatte ich ein Standbild? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, da ist ein Hebel. Den Hebel will ich aber noch nicht mal aktivieren. Ich will noch ein bisschen gucken, was hier so ist. Okay, da ist eine Truhe. Ich will die Truhe haben. Definitiv. Ja, Rune platzieren, komm schon. Und ich bekomme... Helm! Ich hab das Gefühl, der ist nicht gerade schön. Ja, es gibt wirklich schönere Sachen. Aber ich hatte jetzt einen Greifen an, ne? Hm, da ist... Das hier schon besser. Der ist natürlich... Okay, aber... 3 Ballons, 2,8. Leichte Rüstung, die mit einem finsteren Verzierung versehen wurde. Sie hat die Stimme aus dem endlosen Abgrund. Weiß nicht, ob ich das gut finde. Die bietet eindeutig mehr Schutz. Wiegt sogar ein bisschen weniger. Schaut zwar jetzt nicht so wunderhübsch aus, aber... Ich bin zu flink. Und da kann ich doch eventuell... Ja, das geht. Alles klar. Hebe. Sei mein. Yes! Kann ich da einfach runter... Nein, dann stopp ich. Okay. Ohne Feinde, bitte. Na komm, da hab dich mal nicht so. Okay, abrollen ist kein... Ding der Möglichkeit. Ich bin so nah dran. Ich muss das übersetzen. Okay. Inzwischen könntest du vielleicht das Rätsel des großen Tores dort lüften. Vielleicht findet sich die Antwort irgendwo in diesem Turm. Alles klar. Die Magieklasse bestimmt eine Spielweise. Ein Kläriker beispielsweise achtet besonders darauf. Okay, ich frag mich, was das Ganze bringt, wenn sie das Buch der Ahnen da vervollständigt hat und kann, äh, beziehungsweise es lesen kann. Was bringt mir das Südrand? Nur mal spitzeln. Oh. Kann ich von hier unten speichern, bitte? Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Gibt's irgendwas, was ich wissen sollte? Oh man, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Alter! Oh nein, jetzt der Affe noch. Hau ab. Ich weiß, wo dein Herz ist. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, das war gelogen. Nein, 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 nein. Alles klar, das Ding war ja kein Ding. Für den, der für uns eintrat. Alter, hier ist eine Tür. Ich muss hier raus. Komm schon. Au. Oh, du Sau. Nein, das wird... Aua. Ja, hab ich mir schon gedacht. Aber hier ist eine Truhe, das macht gar nichts. Alles gut. Besiege den letzten Rohrherrscher, den Vernichter? Denk mal, Axt. Gefallene Armrüstung schwer. Okay, die Armrüstung will ich auf jeden Fall mal sehen. Ich will nicht den letzten Rohrherrscher besiegen. Moment. Hallo, hat mich mal jemand gefragt? Oh, fünf Kilo? Ich hab das Gefühl, ich bin zu schwer. Nee, es geht. Cool. Moment, da geht's noch weiter hoch. Finde einen Weg zum Vernichter zu gelangen. Adias' Weisheit ist unendlich. Der Geist des Menschen ist begrenzt. So wie es auch seine Zeit ist. Dies ist so, wie es sein soll. Das ist Adias' Plan. Er erbaute die Gesellschaft. Er ist die Gesellschaft. Ich muss was suchen, tut mir leid. Weichern. Nein. Wo ist dein Herz? Okay. Ah, wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Wo ist dein Herz? Nein, 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 nein. Wo ist dein Herz? Ich hab das Gefühl, ohne Herz kann ich dich nicht töten. Autsch. Ja, ist ja gut. Du hast es mir gezeigt, eindeutig. Wo, 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 wo. Wo, 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 wo. Oh, nein. Jetzt dreht er wieder voll durch. Autsch. Yep. Ist in Ordnung. Trotzdem stirbst du. Aber ich will noch nicht mal so weit sein. Ich will nicht den letzten Roga Herrscher besiegen. Mir fehlen doch noch ein paar. Oh, ich glaub ich kann da runter. Kann ich da runter oder sterbe ich dann? Oder bin ich dann Geschicht und muss mich sterben lassen? Oder kann ich da langsam so... Von einer Ebene zu... Nein, kann ich nicht. Okay. Oh, Leute. Das ist mir langsam ein bisschen gefährlich mit den ganzen Seelen. Nein, 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 nein. Bevor ich da lang gehe. Jetzt sind die ganzen Gegner dort, glaub ich, wieder da. Oh, nein. Muss ich hin? Ja, nee, ist klar. Ach, das ist doch blöd. Ja, jetzt bleibt doch... Ich möchte hier raus. Sehr schön. Von wo komme ich her? Von wo kam ich denn? Autsch. Ja, ist klar. Hallo? Hallo? Aua! Blöde Kuh. Ich kann jetzt noch nicht sterben. Versuch ich... Was war das? Von dort komme ich. Gut. Oh nein. Nein, ich habe dich zuerst angegriffen. Ich darf noch nicht sterben. Tut mir leid. Jetzt hör auf damit. Und wir grönen. Autsch. Das hat wehgetan ein bisschen. Sagte ich bereits, dass ich noch nicht den letzten Rugerherrscher besiegen möchte? So, jetzt muss ich überlegen, wie ich wieder zurückkomme. Ich will zum ersten Rugerherrscher. Zum allerersten. Also, zu dem anfänglichen Tor. Das ist mein Ziel. So, da ist die alte Steintafel. Und wo bringt mich dieser Weg hier hin? Das ist auch mal interessant. Okay, von der anderen Seite blockiert. Alles klar. Wow, 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 wow. Freundchen. So, haben wir nicht gewettet. Lass ich mir doch nicht bieten von so... Auslösungsmonstern. Jö, cool. Jaja, von wegen. Da liegt was. Beschützerdolch. Und die Tätowierung. Wow, du bist aber hartnäckig. Alles klar, wo kann ich speichern? Wie fahren wir das nochmal? Ich will nicht so weit laufen müssen, wisst ihr? Denn ich weiß auch nicht, ob ich eventuell... Ja, Geisterrufssplitter hab ich nicht. Ich hab 18.000 Erfahrungen. Ja, das geht ja noch. Das geht ja noch. Ach, der wird sowieso. First try. Alles klar. Los geht's, mein Freund. Ich seh nichts. Oh Gott, das gefällt mir jetzt schon nicht. Au. Alter. Weil ihr haxt doch wohl ein bisschen. Alter. Alter. Alter, bei dir hackt's wirklich. Alter, wie soll ich denn... Okay, der ist ein Wächter. Nicht schlecht. Huiuiuiuiuiui. Also ich lass mal meine 18.000 EP... EP sein. Und begebe mich jetzt weiter wieder... ...nach da oben. Definitiv. Den Fennichter besiegen. Ja, Wächter gefällt mir nicht. Muss ich ehrlich leider zugeben. Gefällt mir absolut nicht. Ich hab das doch genommen. Jetzt nimm's. Komm. Bist du tot? Bleib tot. Oh, das ärgert mich jetzt mit dem Wächter, dass der so... ...hardcore ist. Der ist ja wirklich... ...ziemlich krass. Moment, das stinkt doch förmlich danach, dass ich da rüber kann. Und dann... ...steck ich fest irgendwo. Ich geh mal den regulären Weg nochmal. Ah, du bist blöd. Au. Jetzt hör doch auf. Oh, jetzt reicht's. What? Dein absoluter Ernst. Ist das wahr? Alles klar, weiß ich Bescheid. Du bist ein Arsch. Ah, komm, stirb schon. Krass, wie der mich umgehauen hat. Den muss ich zuerst irgendwie terminieren. Wo ist er? Da hockt er, die Sau. Ach, komm, dein Ernst, komm. Geht doch. Da geht's hoch. Hoch will ich aber noch gar nicht. Hier war irgendwo der Magier. Genau. Autsch. Ja, aua. Ich seh nichts. Weg da. Oh, dass die mir alle so wehtun müssen. Gemeingefährlich. Okay, was bringt mich... Nicht schlecht. Ah, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier ist eine Truhe. Truhe ist gut. Truhe ist Freund. Truhe ist Freund. Blutdeuer, ich befallener... Gefallener... Oh, vor die Rüstung. Moment. Südliche alte Falle. Wieso vibriert es, wenn ich hier drüber gehe? Ich hätte es hier zweimal vibriert. Ich glaube nicht, dass mir das gefällt. Ja, wer bist denn du? Hau ab! Nein, nicht Feuer, nicht Feuer, nicht Feuer. Hau ab! Ich warne dich. Geht doch. Nein, du explodierst, ne? Oh, süß. Was steht hier geschrieben? Seltsame Schriftzeichen in einer uralten Sprache. What? Alter, leck mich fett! Wo bringt mich diese Tür hin? Was? Was hat das gemacht? Wo hat mich das hingebracht? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Verlassen. Verlassen möchte ich noch nicht. Nein. Ich bin noch nicht fertig mit der Kunden. Da geht es immerhin noch hoch. Hier steht wieder was geschrieben. Da war der Magier. Und weiter in diese Richtung. Oh, das mag ich nicht. Kann ich dich einfach hier rüberschicken? Schaffst du es? Wow, sorry Freund. Alter, euer Ernst? Wie soll ich denn... Ach, du explodierst dann einfach. Das ist auch nett. Nettes Feature. What? Gut, das ist mir neu. Leute, das ist mir neu. Das ist mehr als neu. Alles klar. Das finde ich nicht in Ordnung von jedem Spiel. Mich so... reinzulegen. Oh. Oh. Gut, da oben ist dann wieder dieses Vieh. Ja komm, das machen wir noch schnell. Oh, das war blöd. Das war mehr als nur blöd. Kein Feuer machen. Böse Feuer. Feuer böse. Komm schon. Oh, da wollte er uns das Ding eindeutig verbrutzeln. Jetzt brutzelst du. Da hinten ist der Geist. Um den brauchen wir uns nicht kümmern. So. Der Kumpel hier ist der gefährde hier. Gefährlich. Sag dich bereits gefährlich. Ähm. Wo ist der Geist? Moment. Ich hab eine Idee. Vielleicht gefällt dir das. Alles klar. Gefällt dir nicht. Und das? Auch nicht. Ja, aber ich will meinen Kameraden hier nicht in den Tod stürzen. Oh. Alles klar. Kann ich dich hier irgendwie wegschubsen? Ja, was willst du tun, ha? Blöd da und... Oh, aua, aua, aua. Das sind meine Fähigkeiten. Ich muss ihn aber töten. Der fällt mir sonst in den Rücken. Okay, das war zu... Blöd. Stirb jetzt. Du hast eh kein Leben mehr. WTF? Das gibt es doch nicht. Oh Mann. Nein, ich dachte, ich bin weit genug weg, aber... Bis zur nächsten Episode zu Lords of the Fallen. Macht's gut, Leute. Tschüss. Du hast es gepfiff, Gott. Frauplas Himmels.